hallo hatte hat das jetzt schon eine korte von 25 gemacht habe ich ja nicht gezeigt ich habe wahrscheinlich nicht mehr mitgezählt mache und ich dachte vielleicht kann man auch noch auf an 27 das ist ja nicht so 100 trophäen mehr das ist auch nicht ich habe noch 118 und bisher ist meine höchste dynamite und weißt du was wir pushen jetzt dynamite auf 25 schwierig ich bin gerade hier haben wir sind gerade hier im camper drinnen ja wenn ich noch deine mac auf 25 Die Kamera habe ich jetzt schon für 25 Rang. Das ist echt brutal. Geh weg, Cotillus. Mein Powerwürfel. Bäm. Bäm. Nein, nein. Ja, gut, gut, gut. Warum holst du nicht die Uwe? Echt schlechte Team, ey. Ich mag die Leute ganz, ganz viel wegrennen. Bruder, wo schießt der hin? Wo schießt du hin? Ich bin mal deinem mal probieren. Neu. Neu. Ohh, kumse kackt. Neu. Neu und die erlaubt hin. Deinem mal kriegst. Neu. Neu und die. I stole your heart, literally! Ich will wenigstens nichts weiter werden. Deiner Moik Jetzt muss ich noch mal sterben, aber erst dann wäre ich echt gut. Wenn wir das erst mal machen, dann sind wir einfach gut. Deiner Moik Deiner Moik Deiner Moik, Sohn Ah ok Gigi aber Nächste Runde Oh ne, oh ne! Oh ne! Oh ne! Hör auf damit! Hau ab! Hau ab! Bye bye! Hau doch ab Leon! Das ist ja nervig! Was kapierst du nicht an abhauen? Der ist so nervig ey! Wacke Leon gar nicht! Der Börla ist auch schon hässlich! Jetzt nicht, also wirklich jetzt nicht böse gemeint gegen die Leonie Papa, aber Der Börla ist echt nicht für mich! Würde ich entziehen, würde ich ausrasten! Aber trotzdem Aber trotzdem, der ist jetzt nicht so feil! Oh ne! Ja! Aber ob ich Schübeln machen kann bestimmt! Oh du scheiße Leon, alter Camper! Leute bitte seid nicht wie diese Leute hier! Bitte seid keine Bosch Camper! Nein, nein! Wolltest du mich hören? Du dummer Leon ey! Du dummer Leon ey! Du bist halt nicht so wie die Leute im Camp die ganze Zeit ein bisschen! Ich hab ja auf Cold Ring auch ein bisschen gecampt, aber halt unwirklich auch nur ein guter Grund! Das war halt mein erster Railroad einfach von dem Fernseher! Wo hab Ball ey! Ball ey! Ball ey ist schon äh Brutal! Ja jetzt würde ich uns besser klatschen! Du wirst grad ein Video dran haben! Cool die Idee! Dann rennt besser weg! Und der hat Deine meng kommt! Moin! 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 Trifte Chester! Also Stress Chester, also Stressen! dennoch auf die 1 ich denke ich krieg nicht ich bin kraft mit deiner mic magst du meine dynamik bombe spüren mann geht doch erklärt bitte zumindest stradplatz von ohne WORLD ich bin ja op nein 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 das dunkel ist wundert euch nicht ihr könnt beim helder machen heller machen wahrscheinlich und schnell genug weil ich gemacht habe jetzt schon tot direkt oder ich habe dich über alles aber doppel ist schon mal krass kann ich mal mit er hat mäßiges ronaldo alter media traktor gemacht die sektor ronaldo ist besser ja auch mein team anzumachen ich team doch gar nicht ich tue nur so als ob ich ziehen würden dabei ziehe ich gar nicht ich habe hier und mehr tscher und du auch mit dem achten Bye-bye. So dumm. Nani, Brot, chemisch nicht. Komm her, Nani. Bye-bye. Nein, wie, noch so wenig? Ich werde kein dritter Blatt. Ich werde kein dritter. Da ist mir sowas von egal. Nein, nein, nein. Nein, das ist... Nein. Ich habe mir eine Menge losgemacht, ey. Tut mir echt leid, Leute. Falls ich hier vielleicht vorspulen möchte, könnt ihr gerne vorspulen. Ach. Das ist so kacke, ey. Ich wünsche echt, ich hätte ein paar Freunde, die in den Match reingehen können, wenn da ist der Klinke mit dem Mittel, der hat mich aufgerankt. Das finde ich unmöglich, sowas. Kommt her. Wollt ihr mich wieder mal anlegen? Falsche Entscheidung. Nein, darf ich sterben, ich darf nicht sterben. Wer spielt bitte schon noch Piper? Piper ist out, Bro. Piper ist out. Niemand spielt mehr mit Piper. Boah, das ist so lust, ey. Komm mal. Ich mag auch Edgar. Falsch Falsch sagt, warum mag ich Edgar? Edgar ist schwul, das ist voll der schwule Brawler. Was labert ihr für eine Scheiße? Edgar ist der beste Brawler, den Brust überhaupt hat. Mal ganz ehrlich, der ist krass, der Brawler. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, das ist mir sowas von egal, wie der Brawler ist und bleibt eine Legende. Piper, okay, Frank ist auch krass jetzt. Aber Piper ist... Warum mache ich nur diese Piper-Begels? Ich habe die nicht gemacht, da wäre Piper gar nicht so gut gewesen, da wäre Piper gar nicht so gut gewesen. Oh, du musst mir jetzt Schadenhut umgucken. Wenn die Todsinn da hat, das ist der Held, da sind die der Held, die sogar mehr als wir hinterher leben sind. Nein, warum hast du... Hör auf alle auf mich? Ja, super, super, mach doch weiter, weiter, bravo. Nein. Nee, Bruder, das ist nur Lack, das ist jetzt nicht vergetroffen, das war Lack. Lack, Lack, Lack. Deiner, Mike. Deiner mit, ich, mich, mich. Aber du hast ja keine Chance mehr, ey. What the heck? What the heck? What the fuck? What the heck? Mach langsam, mach langsam. Wann schießt du hin? Das ist doch jetzt so ein kleiner Shirt, oder? Wenn die jetzt noch ein Stück gemacht werden, dann rass ich aus. Ich dachte schon, oder wenn die jetzt gemacht hätte, dann... Das kann nur ein bisschen dauern, Leute. Bis ich den noch 25-Groen-Cover, das wird ein bisschen langes Video. Bei Colt halt, ey, bei Colt bin ich so ausgerastet, ey. Ich könnte mir gar nicht glauben, wie ich bei Colt ausgerastet bin, ey. Auf jeden Fall, ich kriege so einen Albtraum. Das hat mich über zwei Stunden gedauert. Ich hasse es, wenn man was ausgerüstet. Frank, ich kann dir ein Ulti auch machen. Nein, nein, nein. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt habt ihr mal Masse recht. Feng, geh du andere Eier lecken? Bam. Beim Batz, Batz, Batz. Wenn man zu, das hätte ich mir aber gerade jetzt nicht, das finde ich noch nicht mehr besser. Nein, schon gut, weil ich schon länger gekommen bin, das ist besser. Dann war. Ich wollte es in dem Ball. Also, das ist der Ball, nehmt, okay. ist meine bombe ich bin nie wieder nie wieder ich trage jetzt mit meinem creator im shop ein der wird mich bis wieder aufmunter der mich ist so schlechte nicht vergessen der mich ist auch krass 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 so etwas einfach gut da muss ich nichts sagen wir etwas spiel respekt an den jetzt wartet jetzt wartet er bis er da aufgeladen ist nicht da bitte ich mag doch etwas bitte ich wenn ich heute unter ich bin mindestens 27 gar nur noch mehr nicht danach ist das gut 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 etwas tot und das ist ja tot randalle randalle passpest passpest was kann ich denn dafür papa wir wollen nicht passen sind nicht gut in dem spiel nicht schlecht und du denkst du kannst anschleichen hast du dich geschnürt deiner markt konnte auch nicht weg wenn das was mit deiner mit der hau ab marktisch bäum, batz 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 batz, batz, batz batz wenn ich mal ein Tor machen muss du bist ein Ballen, die hat das nämlich hier nimm, 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 nimm du nimm jetzt fährt sie wieder rein komm 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 20 Sekunden 20 Sekunden bitte 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 hau ab, Gold, hau ab hau ab na 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 ha warte 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 das klappt echt nie entschuldige es wurde schimpfwort aber das ist das das macht keinen Spaß mehr guck wie viel wie viele Pipers haben wir jetzt hier drei Pipers wollt ihr mich veräppeln zwei zwei Dynamics hatten wir noch und drei und glaub ich noch eins zermort ist überlegt euch das mal das ist doch nicht normal normal das ist kein Brawl Stars mehr das ist kein Brawl Stars das ist das das ist jetzt Müll Brawl Stars das ist das auch Fängel du leck mein Eier Fängel du leck mein Eier Fängel du brauchst mich hier du brauchst dich gar nicht mühsam machen du auch du kleiner Eierkopfapfel verpiss dich ich sag dir du dumme Affe Cordelius verpiss dich Lass meine Pipe an Rollo kleiner Lass meine Pipe an Rollo kleiner das ist wohl nicht so schwer oder wir haben geteamt nein bitte 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 warte bitte warte bis ich da bin die könnte wie zur Seite die Koate oh mein Garnabau nein auf jeden Fall nein 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 Verpiss dich, Claudius. Oh, 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 oh. Sorry. Ich mag keine Zutüme eigentlich. Brenn. Ah, ich bin eigentlich nicht bloß, aber ich war noch... Spreng mich noch. Spreng mich noch. Ich hasse dieses verkackte Spiel. Warum spiele ich das überhaupt denn? Spiele ich über Fortnite denn? Spreng mich noch nicht. Der Grasenstock macht echt keinen Spaß. Ich glaube, das ist echt über Gras. Ich freig mich sogar. So, ich hab lieber Fortnite. Also Leute, wir haben eine Nulli auf hier. Jep, Zuschauer kann ich das gebrauchen. Leute, ich bin jetzt Torex. Ich bin jetzt Torex, Leute, das sag ich schon. Warte mal. Na gut, ach, Pai, oh, Pai, oh, Pai, oh. Neon, du stirbst, ich mag dich gar nicht. Danke, bye, bye. Mein Diamant, danke. Ja, du schön, meiner. Lass ihn in Ruhe, du dummes Mist. Komm her. Du musst nicht stoppen. Oh, da, Kro, Kro ist so annoying, bro. Glaubst du nicht. Mein, 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 mein. Hallo, Kro, magst du ein bisschen, äh. Wenn der jetzt eine Ulti macht, dann auf ein Sprengball, dann bin ich dead. Kann man zu einer Ulti über 300.000 Schaden machen. Drei, 30.000. Die wollen alle nicht in der Mitte wägen, weil ich da bin. Musst du, ah, Kro, oder was? Oh, was, boah. Jetzt wird er bitte. Ich spiel nie wieder durch, nie wieder. Guck dir schon wieder, nie wieder, nie wieder, nie. So, das ist viel besser. Oh, nee, übernicht schon wieder, der denkt, der wird tot, oder? Geh raus, hier, da noch mal. Oh, nee, ich spiel nicht. Meine Posesse. Meine, meine. Ich war nicht das meine. Meine, meine Posesse. Was ist das? Ich nehme den hier. Mach du wacke jetzt? Bibi, bye, bye. Komm, Bibi. Ich bin besser. Ich bin seit 2029. Du bist echt so erneuern, Bruder. Damn, Bro. Was bekommt man davon, wenn man mich ärgert? Warte, ich muss dieser an Bibi noch schnell was sagen. Warte, ne? Perfekt. Ich tischte nämlich lieber die Battle Passe. Nee. Das ist auch selten. Das ist nur einmal, du kommst da auch von mir drin. Das ist das seltenste, was ich habe. Das ist das hier. Oh, das ist so hart. Hör ab, kid. Ich mag die gar nicht. Kitty! Juhu. Super, warum treffe ich Mordes nicht? Ja, geht doch. Stirb. Bitte. Wib, wib, wib. Ich bin mal am Gegenbau. Ich verstecke mich hier drum. Oder doch nicht denn ich bin kein Bosch Camper. Bosch Camper sind was für dumme Leute. Ich bin umgeben von Thiemann. Scheiße Thiemann, ey. Edgar, Entschuldigung, muss der da ausschalten? Der mag Thiemann, ich mag keine Thiemann. Guck mal, die Thiemann doch nicht, ich wusste es doch. Ich mag auch kein Thiemann, ich bin Anti-Thiemann. Bye-bye Bo. Bobo, bye-bye. Bye-bye Bo. Bär, batz. Ich komm gut voran. Das wird ein bisschen längeres Video, ey. Rang 31 pack ich wahrscheinlich schon nicht mehr. Rang 31 bist du, wenn du andere Kolb oder hör doch ab. Wenn du wirklich bist, du bist adoptiert. Ich kämpfe jetzt auch mal, obwohl ich keine Bosch Camper mag. Oh ne, oh ne, beep. Noch nein Minus. Und das Schwer ist am Herzen. Ich kämpfe lieber, wisst ihr, was ich kämpfe? Schwer ist egal. Ich kämpfe besser. Das ist einfacher. Ja. Ja, Mord, was hat man? Ich team mich mit dem. Ich kill den jetzt. Ich mag nur keine Mord. Okay, ich mag Mord, aber ich mag keine Ultima. Nee, Deiner Mike rennt lieber schon mal. Oh Gott, oh mein Gott. Das war aber knapp, ey. Alter, Deiner Mike nervt nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Lorenzo, du Apfel misch. Bam. Komm. Ich bin gut mit Colt, sag ich euch. Oh, wusste ich's, wusste ich's, wusste ich's, doch wusste ich's. Bam. Ich bin echt für den Colt-Aktor, der vor zwei Jahren gestorben ist. Ich brauche das echt beliebt jetzt. Ey. Ihr habt's gesehen. Raus da. Ey, bist du dumm? Scheiß Kitt, ey. Scheiß Kitt. Na ja, ich hab's da gewonnen. Nein. Wunder, wenn ich heute nur Rank-3-Sche mache, dann frischen wir. Unmöglich, heute. Wie viel Rank-3-Schein? Tausend Trophäen, ey. Tausend Trophäen, das wär ja... Uff. Das wär ja krass, ey. Bye, bye! Bye, bye, bye! So, weiter. Gigi. Hey, tauer... Mein Paul is withle. Ich denke, ich habe Kids so viel. Unterspaar, 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 unterspaar. Null, 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 null. Das ist so scheiße, ey. Ich sage, wie ist das, Leute? Kinder, bitte benutzen diese Ausdrücke, die ich sage. Nicht bei uns äußern. Fragt doch nicht, was sie bedeuten. Bisschen einfach nicht diese Schiffshorter fragen. Denn das kann Ärger geben. Und falls jemand sagt, ist nicht meine Schuld. Ich mache diese Video mit dem Content. Sorry, aber das ist nicht mein Problem. Denn ihre Eltern müssen selber auch passen. Was ich auch den Kindern erlauben. Denkst du, ich bin dumm? Hä? Was? Prototiver OH, wie hat sie das gemacht? Hä? Wohler, ich gebe dir gar nichts mehr. Aber Wohler, Bila. Wohler, ich gebe dir gar nichts mehr. Leute, anhalte, laste ich mich grad killen und das machen. Das sage ich echt. was wollt ihr von mir ja unwahrscheinlich wenn doch dann habe ich euch über alles dina 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 arfen wurde leck dein eier leck dein eier so leute ich habe keine lust mehr heute warum weiter tschüss